Ich habe alles verloren. Der Hund war ein Geschenk meiner verstorbenen Frau. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast. Ich habe keine Angst vor John Wayne. Einmal hat er drei Männer getötet. Mit einem Bleistift. Nimm deine Männer. Wie viele? So viele, wie du hast. Hey John, ich dachte, ich komme einfach rein. Ach was. Alle fragen mich ständig, ob ich zurück bin. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin es. John Wick. Du siehst furchtbar aus. Ein bisschen eingerostet. In Kino.